Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal, sofort und gleich. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. So und heute haben wir den heutigen Daily Shop vom 25.04.2019, also gehen wir direkt mal rein. Shop Version Nummer 1, ich vermute, dass mit dem Update heute kommt ja das Update um... Um 11 Uhr sagst du. Dann wird es wahrscheinlich so wie die letzten Male auch neue Shop-Items geben. Ich habe das nur die letzten Male verpeilt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber diesmal achten wir drauf, also es kann sein, müsst ihr mal gucken, dass heute nochmal im Laufe des Tages ein Shop-Video kommt. Also ich gebe dem Raptor direkt am Anfang mal 9 von 10. Von mir kriegt der 7 von 10. 7 von 10? Ja. Dann gucken wir mal auf die Bewertung. 4,14 bei 138. Wann waren das Dings erstmal drin? Am 14. Januar 2018. Für 2000 V-Bucks. So, für 1500 V-Bucks der Party-Löwe oder die Slurp-Box. Da geil. Ich finde das Ding mega cool, auch so wie das darunter fließt, durch den Schlauch. Von mir kriegt der Slurp 10 von 10. Also Party-Animal. Von mir kriegt der 10 von 10. Ein Bierfass. Slurp-Fass. Das ist mega geil. 4,54 von 5 bei 138. Zum ersten Mal am 17. Januar 2018. Für 1500 V-Bucks. So, dann haben wir... Boah, das Ding, das ist ja sowas von... Also als ich angefangen habe, da fandest du den schon geil. Also der war schon ziemlich alt. Der Farbenbomber für 1200 V-Bucks. Absoluter Kult-Skin. 7 von 10. 9 von 10. 4,355 bei 29 Schwarz. Erstmal am 15. Dezember 2017. Alter, verlebt. Dann haben wir die mega geile Picke. Mega geile Picke. Dann müsstest du die Effekte, glaube ich, ganz hoch stellen. Nein. Und das... Nee? So, Regenbogenwucht. Oder? Ich denke schon, weil ich glaube, das macht einen Unterschied. So. Na ja, siehst du mal. So sieht das Ding nämlich richtig crazy aus, ja? Sieht schön aus. Ich liebe diese Picke. 10 vor 10. Definitiv 10 von 10. Regenbogenwucht. Hammerpicker. Für 1500 V-Bucks. Äh, ja. Rainbow Smash. 4,67 von 5 bei 5. Zum ersten Mal am 23. Februar 2018. Dann kommen wir jetzt... Oh Gott, zum Bärchen. Guck mal, Leute. Oh, ups. Guckt euch mal diesen Vergleich an. Nein. Nein, ich mag die gar nicht. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Außerdem bin ich irgendwie nicht mehr drin. Geh weg. Guck mal. Geh weg. Nein, ich mag die nicht. Ich mag die nicht. Geh weg. Guck mal. Der passt perfekt drauf. Nein, tu die weg. Guckt euch mal. Nein, die sieht scheiße aus. Guckt euch mal den an. Nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Ich bin auch gar nicht bei der Kamera. Ich auch nicht. Nein, 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 nein. Tu die weg. Tu sie weg. Nein. Hallo. Tu sie weg. Yes. Tu sie weg. Guckt euch mal den Waschbaden. Tu sie weg. Schlimm, 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 schlimm. So, also, aber, nee, 4 von 10. 4 von 10? Ja, ich finde das Ding schrecklich. 3 von 10? Warum gibst du denn so wenig? Das ist doch aus deiner Familie. Aber die ist rosa. Die ist rosa. Ja, sorry, aber ich mag keine rosa. 4,18 von 5 bei 219 Votes. Ich weiß. War am 10. Februar 2018 schon. Ja, ich weiß. Oh, guck mal. Die Kuschelkrallen. Guck mal, ach, da wieder. Nein, das hat mit mir, lass mal, so, das hat mit mir auch gar nichts zu tun. Das ist auch gar nicht meine Pfote. Geh weg da, hau ab. Mach das scheiß Ding da weg. So, hier, Kuschelkrallen, wobei, so schlecht finde ich das gar nicht mal. Oh, guck mal, jetzt müssen wir mal hier nebendran machen. So, jetzt haben wir hier den Arm. Perfekt. Nein, das ist, daraus können wir mal eine Hand machen, oder was? Nein, hör auf. Guck. Das ist scheiße. Außerdem, irgendwas stimmt hier mit meinem, ich bin nicht so richtig in der Kamera. Ich glaube, ich bin, ich bin der Tiger gerade unten. Ich bin der Tiger und du bist, du bist jetzt mit der Bär. So. Ich bin der Tiger, wir müssen mal raus hier. So, das geht so nicht. Geh du mal wieder da rein. Bin. Und, bist du auf der Richtige? Ja, bist du. Also. Also. Wie viel gibst du dem? Kuschelkrallen kriegt von mir 6 von 10. Hallo, viel mehr für deine... Für deine... Nein, 6 von 10. Von mir kriegt der 3 von 10. 3,675 bei 15 Wort. So. So, wie viel andere Dinge kostet diese Kuschelkrallen? 800 Biwax. 800 Biwax, okay. Dann haben wir den Poplock für 800 Biwax. Mega-Kultik. Poplock-Mega-Kultik. 10 von 10. 3,145 bei 37 Wort zum ersten Mal. 23. Juni 2018. Dann haben wir die Spektralhacke, die Spectral Axe für 800 Biwax. Ja. Hau mal da drauf. Ich finde, ich weiß nicht. Ich weiß, die ist mega beliebt. Ich finde die nicht so toll. Ich finde die auch cool. Ich finde die nicht so toll. Ich finde... Die Emilikern wäre Galaxy Picker. Ja, das ist toll. Aber ich finde die nicht. Ich weiß nicht. Ich kann mit dir nichts anfangen. Ich krieg von mir 5 von 10. 7. Wir sind bei 4,255 bei 32 Wort zum ersten Mal. Am 14. März 2018. So, dann haben wir Armadillo, 800 Biwax, Paradise Palms. Und du dir immer einen Ding, Season 5. Paradise Palms Skin. Perfekt für Paradise Palms. Wie gibt's denn? Armadillo für Paradise Palms, wie gesagt, ziemlich gut. 7 von 10. 3 von 10. What? 2,8 von 555 bei 25 Wort zum ersten Mal. 28. August 2018 ist das erste Mal dringend gewesen. Aber Arctic Assassine ist mega kultig. Das ist 8 von 10. 10 von 10, das ist geil. 4,4 von 555 bei 25 Wort zum ersten Mal am 19. Januar 2018 dringend gewesen. 12,5 von 25 Wort zum ersten Mal am 19. Januar 2018 dringend gewesen. 12,5 von 555 bei 25 Wort zum ersten Mal. In den Namen. Levin large auf großem Fuß. Smooth. Oh yeah, oh yeah. Bam, bam. Oh yeah. 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 Ja, ja. Hör mal. Da muss man... Also, ja gut. Live in large... Ne, live in large geb ich 9 von 10. Ich geb keine 10 von 10. 9 von 10. 4,5 von 355 bei 30 Wort zum ersten Mal am 11. August 2018. Hammer. So, dann haben wir nochmal die Punktlandung. Die war erst drin gewesen. Du hast den Knopf abgerissen vom Lautsprecher. So, da ist die Punktlandung für 500 V-Bucks. Triff immer ins Schwarze. Ich finde das Ding nicht so schön. Du kriegst von mir 2 von 10. Von mir 3 von 10. 2 von 5 bei 4 Votes. Zum ersten Mal am 2. April 2019. Wenn euch das heute wieder die Shop dir gefallen hat, wünsche mir sehr ein Like am Montag von. Schaut später noch vorbei. Vielleicht hat sich das Shop geupdatellt und dann kommt später um nach 11 Uhr noch ein Video. Oder läutet die Glocke. Oder läutet die Glocke. Ja. Und dann werdet ihr informiert, wenn es die Video kommt. Ich sage nur, wir verabschieden sind zu verabschieden. Bis dann da und rein. Ciao. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Hier haben wir video... ...